Süß. Tane schwärmt von Ehefrau Juliette Schopmann. Wie süß. Komedian Tane Schafak-Züg, 30, bringt ihre Fans auf der Bühne zum Lachen und spricht dabei auch offen über ihre Sexualität. Sie ist mit der Sängerin Juliette Schopmann, 42, zusammen in diesem Jahr haben die beiden sogar ihre Hochzeit bekannt gegeben. Juliette belegte im Jahr 2003 den zweiten Platz bei der Casting-Show DSDS und wurde dadurch zur Bekanntheit. Jetzt gab es einen Rückblick von einem Auftritt von Juliette in der Show zu sehen, und Tane ist begeistert. Der Instagram-Meme-Kanal-Galerie Arschge beiteilte eine Aufnahme von Juliette. Als die auf der DSDS-Bühne den Song Big Spender zum Besten gab und dazu eine außergewöhnliche Performance hinlegte. Ihre Frau kommentierte den Beitrag mit den Worten, einfach meine Frau und ergänzte dazu ein Herz und ein Tränen lachendes Emoji. Und nicht nur Tane scheint von dem Auftritt begeistert gewesen zu sein. Viele Follower überhäufen den Post ebenfalls mit Komplimenten. Ohne Witz, legendär, schrieb ein begeisterter Fan. Dass Juliette und Tane geheiratet haben, machten sie erst am Dienstag öffentlich. Ihr Beziehung hatten die beiden vorher nie offiziell auf ihren Social-Media-Kanälen bestätigt. Gestern bedankten sie sich mit einem weiteren Hochzeitsbild für die vielen lieben Nachrichten, die sie zur Eheschließung bekommen haben. Also, die sie zur Eheschließung bekommen haben, die sie zur Eheschließung bekommen haben. Das ist ein Film im Auftritt